Hi liebe Freunde von Autofreizeit und Fitness. Ja, leider hat auch uns wieder der Lockdown erwischt. Ab dem 16.12. muss unsere Ausstellung geschlossen bleiben und wir können euch leider nicht mehr persönlich in unserer schönen Ausstellung empfangen. Wir stecken deswegen den Kopf nicht in den Sand, sondern bleiben weiterhin für Sie telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Damit wir weiterhin für euch da sein können, haben wir uns ein ausgeklügeltes System einfallen lassen, welches ich euch gerne vorstellen möchte. Ihr sagt uns, was ihr kaufen möchtet. Wir schreiben eine Rechnung, legen diese mit dem Produkt hier unter das Zelt, wo ihr euch das dann desinfiziert abholen könnt. Des Weiteren bieten wir auch eine Lieferung vor Weihnachten an, das dann aber bitte per Absprache. Artikel bis 7,50 Meter Länge können wir ohne Probleme ausliefern. Auch das noch vor Weihnachten, natürlich nach der Wien-Absprache. Wir befinden uns hier gerade an unserem Versandlager und wie ihr sehen könnt, ist unser Lager noch prall gefüllt. Das heißt, wenn ihr noch ein Geschenk für Weihnachten braucht, kommt gerne vorbei. Ja, auch wenn wir diese ganzen schönen, tollen Produkte, die wir haben, euch im Moment nicht direkt zeigen können, unser Online-Vertrieb oder Verkauf geht natürlich weiter. Meldet euch per Telefon, meldet euch per Mail, geht auf unseren Online-Shop www.time4wellness.de. Wir freuen uns natürlich über jede Einnahme, die wir in dieser, ja, leider blöden Zeit noch haben. Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, sagen danke, dass ihr zusammen mit uns dieses anstrengende Jahr gemeistert habt und freuen uns auf ein hoffentlich gesundes 2021 und auf vielleicht tolle Gespräche in so einer wunderschönen Sauna. Wir würden uns drauf freuen. Bis dann. Ciao.